okay hallo wir gehen zu einer höhle und dann also wir fliegen mit meinem sewage und da machen wir so blödsinn also wir pranken uns und ja und mein freund hat mich gerade abgeholt so ich hole jetzt mein sewage okay allein eintreten ich ruf noch schnell morse motor das ist ja es ist so cool Und wir geben und wir bringen es mit Passion, Smashing. Wir suggest moves, mit Groove. Gacy point, watch how I improve. Danner Automatis ready, you know we're hitter, hitter. A music motivator, and I'ma show you later. But right now we getting down. Round, cuz I surround the sound. With rhythm, this world rhymes are really a ditcher. You're silly, too, like a billy and I split ya. Get your heart, stop showing out. Exhale long and blow her mouth. Yeah, you in a danger room, come on now. Yeah, you in a danger room, come on now. Slip boy, you in a danger room. Only skills. Äh, wieso läuft der weg? Wo lachst du mir jetzt stolz rein? Da kommt fliegen. Da kommt fliegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich glaube ich kenne Glitch also sagt dass man überlegen kann wenn man runterfällt Adrian muss überstürzt du nein ich bin draußen also ich bin zu gesperrt da ist jemand aus es ist noch drinnen ja ich bin rausgekommen ich bin rausgekommen warte geht wieder rein ich bin noch mal geht es mal rein ich komme an die und ja nein ich wollte mit dem Motorrad reinkommen, okay komm, wir treffen uns in der Höhle ja, okay bitte töte mich nicht, Junge darf ich so wissen, mich schon wieder töten ja, das war ich nicht, aber hast du Schaden bekommen? nein okay ich will die ganze Zeit dahin, hab ich David, hör auf, wirklich nein, ich hab meinen Propeller getroffen David, ich weiß nicht David, komm jetzt in die Höhle rein ach du scheiße ach du scheiße David, hör mal auf ja, okay, ich auf mein Motorrad was ist, Junge, was hast du gemacht? danke Junge, du Schiss jetzt wird mein, jetzt wird mein Geist kommt ich sag's doch welcher Geist? Mein Geist, weil du mich getötet hast. Das war's. Ciao. Adrian. Adrian. Du kommst dir nicht rein. Nun mehr. Ich hab die Ernährung zu mir reingelegt. Okay. Jetzt zerstör ich den Zerwag. Nein, komm schon. Du willst es nicht immer töten, dann wird der Zerwag jetzt zerstört. Junge, wieso geht meine Nachtsicht nicht auf? Adrian, zerstör mein Zerwag nicht, bitte. Ja, dann hör auf. Okay. Okay. Das kostet 1000. Aber weh, du tötest nicht wieder. Junge, wieso geht meine Nachtsicht nicht auf? Weißt du was? Nein, nicht das. Okay, sorry. Wenn ich einmal töte, dann wird der Zerwag voll. Voll. So. Du hast eh, wenn du wüsstest, ist unser Zerwag tot. Dein Ernst? Okay, komm. Was ist unser nächstes Ziel? Als erstes machen wir einen... Warte. Nahkampf. Faust gegen Faust, komm. Okay, und dann gehen wir zu Geist. Wundgefühl. Nein! 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 Du hattest dir auch einen Vorteil damit. Wieso? Ich hatte eine Hälfte meines Lebens verloren schon. Und du ein volles Leben, David. Du zerstörst deinen Zerwag. Nein, du zerstörst mich nicht. Dann gehen wir aus dem Weg. Ja, Junge! Ich hab dich nicht mal geschossen! Und jetzt... Ja. Weiß ich nicht. Los, wir fliegen jetzt. Weiß ich, du hast sogar noch dein Zerwag getroffen. Weiß ich. Jetzt raucht er. Ja. Komm jetzt. Nur weil du mich getötet hast du mich auch getötet. Ja, okay. Ich komme, warte. Okay, tschüss. Da wächst. Komm jetzt. In eins, zwei, nein, drei, zwei, eins, tschüss. Ah! Okay. Gib die Orte an, weil ich fliegen muss. Wo du hinfliegen musst? Ja. Wo denkst du, wo willst du fliegen? Ja, Geist. Ja, Geist. Zum Geist. Zum Geist. Ja. 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 Wer du warten willst, dann hier. Ja. Du hast mal zu warten, dass sie nicht verstört. Ja. Wo man jetzt von dieser, der nicht weggehen, dann ist das deine Schuld. Ja. Wieso meine? Ja, weil letztes Mal, letztes Mal konnten wir auch nicht weggehen, weißt du? Ja. Ja. Ja, und du bist selber schon, weil du hast selber den Samar mit dem Sniper abgeschossen. Ja, aber du hast mich genervt. Also. Und weißt du, wenn mein Service kaputt geht, dann können wir nicht wegfliegen, weil... wenn du, wenn du Buzzard rufst, dann müssen wir ja lange laufen. Es wird auf der anderen Seite spawnen. Also. Ja, lande dann besser. Bist du dir sicher, dass du so lange warten willst? Na ja, okay. Ja. Okay. Ja. Ja. Wir warten doch nicht. Das auch noch sollte Schluss gering sein. Nein. nein. ich bin abgestürzt was geht der Mutter nicht an? nein, wir sind hier festgeblieben was geht der Mutter nicht an? geht der Mut überhaupt an? nein, der geht nicht, denn ich kann nicht einsteigen es wurde zerstört oh und wie soll er jetzt wegkriegen? ja, er ruft den Ufer im Busard, keine Ahnung ja, der wird dann auf der Straße doch mal auf okay soll ich dich jetzt aushalten? nein, musst du nicht ja, okay, wieso schießt du denn auf mich auf? ja, weil du mich die ganze Zeit tötest und du siehst mich nicht an gib Waffe weg, gib Waffe weg da gib du deine weg als erstes gib weg gib du deine du gibst nicht deine weg ich schmeiß es sogar runter, okay? nein, ich schmeiß es nicht weg hat's weggeschmissen jetzt gebe ich auch meiner weg warte du weh, du Klaus, meine ich glaube, deine nicht schau, das ist da unten wo wenn du es klauschst, muss ich wieder diese Waffe neu kaufen, wo ist sie? da unten da hast du sie geklaut? nein, ich hab's nicht geklaut ja ja, weil weißt schon mein Bruder, meine Waffe, meine Mini-Germarke klaut und muss das neu kaufen, okay? Klaus, Klaus, nicht meine Waffen, guck wie viele Waffen nicht fallen lassen kann aber ich lebe sie natürlich wieder auf warte, Haftbomben das, 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 das ich schieße dich nur aufs Knie, aufs Knie schau, nimm nicht den Kanister, meiner ist leer und guck, was ich machen kann ich lass uns einfach fallen und dann explizierte schieß mal bist du tot? doch, hier ist brennend Junge, wir haben alles Junge, hier wird alles verbrennt ich weiß nicht, doch weil das ist doch krass der Hubschrauber brennt auch warte, warte Junge, warte, hol auf komm her ich bin ein Polizist du Schlagring du Schlagring du Schlagring komm her, komm her, nein 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 oh wieso hab ich hier Bullen? ja du hast hier Bullen nicht ein Polizeiauto könnte hier rauskommen ja vielleicht nicht weil niemand weiß was komm, machen wir Nachkampf das war Schlagring, oder? ja Schlagring gegen Schlagstock komm, okay weil die sind doppelstark also du bist nicht schulstark ja genau ja genau ja genau ja genau ja genau komm her warte, wieviel ist es? oh noch drei Minuten noch zwei noch zwei dann könnte der Geist kommen hey wieso kann ich dich nicht schlagen? hä 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 hey komm da ok oh aber ohne Waffe nur nahkampfwaffen also also oder hier neue nahkampfwaffen nicht also normale so kann ich dich nicht hä hä hat er muss ich nein man nicht ich will nicht da unten sein was sie haben eine halbe ich weiß ich bin Warte, wo müssen wir noch mal rauf? Nehmen wir wieder zurück. So, da müssen wir unten, da ist es unten, oder? Ja, na, da ist unser ... Wir sollten uns nicht mehr töten, weil in eine Minute kommt er. Geil. Wo willst du jetzt kommen? Wer? Ich bin auch klar. Die suche ich dich nie! Junge! Ich steche dich! Ehrlich! Das ist bei Call of Duty Black Ops 3 auch so. Du kannst mich nie mit einer Kampfwaffe töten, oder? Ja! 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 Wie ich Esat genervt hab! Ja! Mit so wenig Leben! Ja! In einer Minute kommt sie! Ja! Wegen dir! ich nehme eine andere ich nehme eine andere waffe das noch eine halbe Minute ich hoffe ich glaube es ist nicht mehr zählen weil jetzt kommt das ist er kommen sie hat das was ich ja wir sind nicht mehr töten, nicht mehr töten, hier ist es, David, du kannst uns nicht mehr töten, raus, der kommt in ein paar Sekunden, in 20 Sekunden, Hände hoch, hier spricht die Polizei, David, wenn du mich tötest, Junge, töte mich nicht, lass dich die Waffe sein, sie haben zu viel gesprochen, sie wurden getätet, wenn du meinst, ja okay, jetzt sind wir okay, nicht, aber, ja, so ist der Geist schon gespannt, wirklich? Ja, da ist er doch, guck doch, wo? Ja, hier, bei mir, Alter, was machst du? Siehst du nicht da vorne? Ja, jetzt, ja, guck doch nach da vorne, schaut's hier an, wir gehen ein bisschen näher, damit das gruseliger ist, ja, aber sie wird dann weg sein, geh oder nicht? Nein, nein, du sie anvisierst dann nicht, schau sie an, komm hier, komm hier anvisier sie an mit, äh, Sniper. Stirn! Ah! Ich geh sterben! Ah! 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 Siehst du, was sie gemacht hat? Das, was hast du? Sie hat dich getötet, schau! Sie hat ein Kugel zurückgeschossen. Geh, geh vor, geh vor dieser, äh, Dingspumpsterstein, Rock und äh... Warte, kannst du sie an-snipern? Kannst du sie an-snipern? Kannst du sie an-snipern? Siehst du, wie gruselig sie ist? Ich weiß schon, wie sie aussieht, aber sie ist nicht- ah, jetzt! Warte, ich geh näher! Warte, ich geh noch näher! Warte, komm hier! Warte, komm hier! Oh! 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 Sie hat dich getötet! Junge, David! David! Junge! Wie sagt ihr, hast noch sechs Minuten? Vier Minuten! Aber vier Sekunden! Geh näher zum Geist, will er! Ist nicht mehr da weg! Ja, weil du sie verscheuchst hast, danke! Aber dein Blut ist noch jemand da! Junge, leiste Geist! Aber das war dein Blut! David, nein! David, wir müssen jetzt irgendwie ein Weg finden, hier runter, wegzukommen! Junge, ich wollte dich anvisieren, nur! Okay, jetzt sind wir! Jetzt sind wir! Jetzt sind wir! Jetzt sind wir! Okay! Nein, wir sind nicht gekriegt! Bitte, da! Ja, ich weiß! Du, ich, ich, ich wünsche dir! Ja, du auch! Ja, du! Ja, du! Du, du erst nicht drauf! Oder du! Oder du! Komm, 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 du bist! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Du hast mich mehrmals getötet! David! Du hast mich mehrmals getötet! David! Du hast mich mehrmals getötet! Nein! Junge, du! Jetzt sind wir quiets aber! Komm, jetzt hören wir auf! Okay, jetzt komm! Ich kann nicht immer sehen, wo du bist! Weil ich die Frille anhabe! Ich hab' keine Waffe! Ich hab' keine Waffe! Ich wollte dir nur Angst machen! Ich... Ich seh' dich! Das weißt du! David! Ich hab' ne Leuchtpistole! Ich hab' ne Leuchtpistole! Okay! Ich bin Geist! Nein! 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 Scheiße! Nein! Warte, dann hör mal auf! Hör mal auf! Das seh' ich was! Hör jetzt wirklich auf! Das seh' ich was! Was? Ja, guck! Folg mir einfach! Was seh' ich? Was? Okay, jetzt hör' ich auf! Ich wollte... Ich wollte dir was grad' zeigen, aber nein! Was hast du gesehen? Ah, endlich! Ihr kleines Licht? Wenn du mich tötest! Na! Ich seh' mir nur die Kugeln, aber da unten zeig' ich was! Ich muss wieder dort hin, wo ich war! Ja! Ja, genau! Ich treffe ihn nicht! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Okay! Was hast du gesehen? Seit wann habe ich auf die Sniper meine verbesserte Zielfernruhe?! ok was ist aber gesehen ja ich glaube nur die Kumpel ok wir müssen jetzt runter gehen warte ich schalte das mal aus was ja die ist schon wo ich dich sehe so fuck ich schieße dich an der Kugel fliegt weg und du grenzt einfach der Kugel hat dich nicht mehr gerührt endlich doch da da ich ich habe auch noch ein paar Patronen für die Leuchtpistole warte wo ich brauch sie noch geh weg ok warte was die ist jetzt einmal geschossen nein ok ok nein nein wo bist du ich wollte nicht mehr machen wir mit Leuchtpistole machen wir mit Leuchtpistole ja ich habe keine Munde mehr Junge hat mir mit Leuchtpistole ich habe keine Munde mehr ich habe keine Munde mehr aber ich benutze eh nicht die Midi-Gang sonst hätte ich dich 1000 Ball besiegt na weh ich bin doch ok gegen snipen das sage ich genau bruh oh wie süß du hast verfehlt aber ich treffe hat k k k k k k LED Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Äh, okay. Hä? Wie du mich nicht gesehen hast. Danke, jetzt bin ich ganz unten. Jetzt kann ich nichts machen. Ich denke ernst. Mann! Und wer ist die beste? Ich? Nein, nein. Junge, ich hab die Granate in der Hand. Nein, nein, nein. Weiß ich, ich wollte eine Granate werfen und dann fall ich runter und ich konnte es nicht mehr werfen. Aber so kann ich dich hauptsache töten. Und noch mal. Du hast gewonnen. Ich hab's nicht gewonnen. Okay, ich geh runter. Ich hab das nicht gemacht. Ja genau. Ja, mit Waffe. Ja hör auf schon, du mit deiner Waffe. Warte, warte, warte! Ich will doch nur mal meine Helm malen... ...reingeben. So kann ich es mich nie. Warte! Du bist... La 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 la... La 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 la... Du, warte, wie hier kann es so schlecht sein, der schießt. Jugo, du bist in deine Gebäude oder irgendwas. Ich weiß nicht. Doch bist du. Das ist das Gebäude. Ja, weil du auch egal bist, dich erst gesehen. Nein! Scheiße! Da ist er! Da ist er! Da ist er! Warte! 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 Alles ist ja! Okay, okay, okay... Alles ist okay. Nein, 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 nein! Oh! Ja, ja. Oh, boah. So, da. Ich bin doch! ich habe mich mal getroffen aber nein zweimal aber einer hat egal Nein du bist in Deckung wer ist in Deckung ich nicht wie konnte ich dich dann töten oh mein Gott wie weit bist du nimmst ein kleines Punkt siehst du das ja okay komm hören wir auf das ist ja oder nichts ich meine das und schießen ja okay noch einmal okay hey das ist so unfair als er jetzt ist er getötet weil du mich vorgetötet hast ja aber das ist ja noch einmal dann steht es zu 30 32 loskommt das ist ja wirklich er hat es war so was sie sind und wirklich jetzt mal was doch nicht es ist die struktur welchen Punkt der drüben er kann das stört war das war richtig ich hätte es noch schneller aus ich auch so was war so jetzt ist es Oh mein Gott, viel besser, oder? Ja, das kann man gut verwenden, wenn man, schau... Warte... Wenn einer dieses Teil nicht hat und ich schon zum Beispiel, dann kann man sich so in einem Gebüsch verstecken und dich abschießen. Ja. Okay, los, töte dich. Warte, ich bitte los, bist du. Was passiert, wenn ich auf... Was ist, wenn ich auf deinem Kopf schieße, warte? Ja, das... Weißt du was? Ist einfach... Warte! Wie viel Leben hast du? Ja, es ist aber... So, 32, 32, ok, jetzt sind wir wirklich bitte. Ja, ok, jetzt müssen wir weg... Ja, wir sind jetzt wieder auf der Straße. Oh, ehrlich... Kannst du dein Auto holen? Vielleicht... Was? Vielleicht... Warte, ich läd dich in mein VIP ein. Ja, toll, ich muss immer was ausgeben. Warte ich? I'm on the clock. What you want? Some wheels? Nehm als erstes mal... Kuruma oder Tentono? Ich... Na, Tentono. So, ich nur. I'll get there as soon as I can. Okay, hör auf, fürf, fürf. Okay, David. Hol deinen Tentono. Oh nein, wir machen eine Mission, warte ich lass dich dann ein. Welche Mission? Okay. Ich glaub's, weine ich. Achso, okay. Hör auf, David. Mann. Deine... Du hast nicht in Wasser gelandet. Scheiße. Warte, es ist... Nein! Nein! So, warte. Ich such noch. So... Dann hier. Pachen wir das. Welcher? Diese. Warte, ich zeig sie gleich. Das ist keine Mission. Okay, warte, ich trete... Ich lade dich ein. Los, hab dich eingeladen. Okay. Ich bin bald drin. So, ja. Achso, Bombuschkaran. Ja. Wir müssen aber warten, bis welche beiträgt. Ungefähr vier. Also noch zwei. Wir zwei gehen ja noch zwei. Okay. Ja. Also wir werden jetzt das spielen. Ja, aber das kann man nicht. Einfach nur so zu zweit. Weiß ich. Ja, bist du auch ein? Was? Nein. Was? Ja, Mission, was wir machen können. Okay. Hallo. Ich bin hier, komm. Warte, okay. Eh, online. Jobs. Jobs. Warte, meine. Warte, ich habe neue Renner erstellt. Wir machen. Wir spielen das. Ich habe das voll vergessen. Das wolltest du immer mal zeigen, ne? Ja. Ja, Punkt zu Punkt. Supersport. Alles passt, warte. Okay. Warte, äh, meine Freunde, die GDR spielen so. Stunt rein? Ja. Ich komme. Okay. Endlich bin ich, äh, Level 90. Ja, endlich. Ja. Jetzt. 100% junger. Wirklich? Ja, guck doch. So. Mein anderer war auch 100%. Cool. Ich mache irgendwie die, äh, dann aber, keine Ahnung, wieso Rockstar das einfach 100% macht. Also geht. Cheaty. Bin bereit. Warte. Drück bereit. Warte. Warte, ich will noch mein Auto. Okay. Okay. Wieso habe ich die scheiße Run-Outfit? Also, so sieht's am Anfang mal aus. Und es ist fünf Kilometer also. Ja. Als erstes musst du mal nie runter. 1. 2. 2. 2. 3. 4. 5. deswegen hat er 100 Prozent Wertung bekommt je schwerer du es machst dir so viel Wertung bekommst du weil es Spaß macht ich glaube es ist wie lange hast du eigentlich dafür gebraucht keine Ahnung halbe Stunde eine Stunde so viel ja okay das dauert schon lang die Führung muss ich viele Männer er ist gut der Punkt zu Punkt also keine Runden nein du musst bis zum Ziel erreicht ja Junge nein was hast du gemacht Ja, wo man hochfanns? Das? Zucko! Junge! Bruh! Bruh! So weit, Taki! Junge! Was hast du dort oben gemacht? Das hat mich aufgehalten, dieses Auto. Mich nicht. Der hat mich weiter geschützt. Junge und eine Rampi sogar! Was hast du da gebaut? Ja, zwei. So, nochmal. Ja, weil es war schon ein bisschen unfair. Weil, guck, ich wurde dort absichtlich gerammt. Was? Du... Ach so, ich hab's gedacht, du bist dein Ziel. Nein! Das war... Das war... Das war unfair, weil... Ich konnte so nicht mehr aufstehen. Junge, siehst du dieser Auto, oder? Junge, siehst du dieser Auto, oder? bei mir ist ein auto keine ahnung ich hab nicht geschaut du wirst es gleich sehen das ist für dich 3.000 jetzt noch mal hier das da muss über die WC ja ich starte schon nein 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 ach so doch 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 einstellen dann bestät ja spielen ja jetzt warte warte ich will noch Farbe ja warte machen wir wetter 200 er macht doch 200 das ist ein großes Auto ich genommen habe jetzt hast du mein Auto genommen oder? Bruh! was ist das ich bin so schlecht nicht die mama oh mein gott ich bin fast untergefallen ich kann ja hier ist es schwer und was wertung auf 100 prozent gemacht und man kommt nur 4000 oder 3000 geld das ist ja Ja. Nein! Nein, nein, nein! Nein! Das war krass. Junge, ich bin im Zug drinnen. Ja, du hast ja auch gespawnt. Ja, ich bin im Zug gespawnt. Und was hast du gesehen? Ja, ich war im Zug drinnen. Also mit dem Ausdruck. Was hast du gesehen? Nichts. So, tschau, David. Tschüss. Und ich werde dir diesmal gewinnen. Nein, nein, nein! Mein Auto hat mich gerammt. Das ist das blöde Auto, was du dort platziert hast. Nein! Nein! Junge! Ja! Ja! Nein! 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 Weil ich spiele was anderes. Ja! Junge! Wie knapp! Also! Ja! 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 Ja, ey!